Robert, genannt der Däne aus der Familie der Rolloniden, war Erzbischof von Ruen ab 989 und Graf von Envrö ab 996. Er war ein Sohn von Richard I., Herzog der Normandie und der Dänen Gunnora. Sein Vater machte ihn in jungen Jahren bereits zum Erzbischof von Ruen, dem wichtigsten kirchlichen Amt in der Normandie. Der Geschichtsschreiber Wilhelm von Jumiges berichtet, dass die Kleriker sich gegen die Ernennung sperrten, solange der Herzog sich weigere, seine geliebte Gunnora zu heiraten. Richard habe schließlich nachgegeben und sei die Ehe mit Gunnora eingegangen. Einige Jahre später, im Jahr 996, dem Todesjahr seines Vaters, erhielt Robert die Grafschaft Envrö. Und in dieser Doppelfunktion war er nun die mächtigste Person am normandischen Hof nach seinem Bruder Richard II. dem neuen Herzog. Als Graf von Envrö nahm er sich das Recht zu heiraten. Er nahm Herr Lewe zur Frau, vielleicht eine Tochter von Thorsten, dem Reichen, von der er mehrere Kinder hatte, darunter Richard, der sein Nachfolger in Envrö wurde, und Raoul de Gaes. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die gregorianischen Reformen den Zölibat erst später zur Pflicht machten, waren verheiratete Bischöfe zu jener Zeit bereits die Ausnahme. Der Historiker François Neville schreibt, Robert sei ein mehr weltlicher als geistlicher Erzbischof gewesen. Gegen Ende der 1020er Jahre begann Robert mit der Vergrößerung der Kathedrale von Ruin. Darüber hinaus wissen wir aus den Ausgrabungen des Archäologen Jacques Lemaroux, dass er zu Beginn des 11. Jahrhunderts damit begann. Seine Burg in Graven schon zu einem Landsitz auszubauen, als Kunstmetzen versammelte er einen literarischen Zirkel um sich. Dodo von Saint-Quentin und der Satiriker Gagné de Ruin widmeten ihm einige Werke. Im Jahr 1027 übernahm sein Neffe Robert I. Der Prächtige in der Normandie die Regierung und dieser geriet bald aus unbekannten Gründen in Streit mit Robert dem Dänen. Erzbischof Robert musste Ruin verlassen und zog sich mit einigen Rittern nach Inver zurück, wo er vom Herzog belagert wurde. Nach einigem Widerstand ging Robert der Dänen nach Frankreich, wo er die Exkommunikation des Herzogs aussprach. Eine Maßnahme, die den Herzog wohl in die Knie zwang. Onkel und Neffe verständigten sich. Der Erzbischof kehrte an den herzoglichen Hof zurück und wurde dort sogar einer der wichtigsten Berater im Herzogtum. Eine Position, die noch verstärkt wurde, als Robert der Prächtige 1035 starb und ein Kind als Nachfolger zurückließ, Wilhelm II. Punkt. Erzbischof Robert war bis zu seinem Tod 1037 nun der starke Mann der Normandie. Fußnoten. François Neveux. La Normandie, des Dux Augs-Rois Xe-Xie-E-Siel. O. Est-France 1998 ISBN 978-27373-0985-4 S. 275.